So, willkommen zurück zu unserem Let's Play World of Warcraft Bei Dedra und Chabra Beziehungsweise bei Gurkan und Chabra Hallo, willkommen! Ah, nein, ich bin mir zu viel gefahren So, wir haben uns ein bisschen übernommen mit den Dailies von Liebe in der Luft Äh, ja, sind jetzt leider schon Level 20 Wir haben aber nichts außerhalb gequestet, nur da bitte das wisst's, gell? Es ist auf Amr Also wir waren schwupps Amr auf Level 20 Sollte nicht wieder vorkommen Äh, ja Dieses Mal machen wir jetzt mal mit den Instanzen weiter Haben wir jetzt eigentlich fast nie gemacht Ich hab mir jetzt auf Denkums geholt Hoffe ich gehauen das noch, das ist meine andere Befürchtung Äh Machen wir gleich mal mit Sachen weiter, mit HDW Na gut Machen wir's der Reihe noch? Ja Machen wir's der Reihe noch Machen wir's der Reihe noch Machen wir's der Reihe, so Release, na Zuerst kommen die Todesmänner Juhu Wird jetzt ja alles ein bisschen dauern Äh Oder auch nicht Ey, ich mein, die Innies werden dauern Ja, wenn ich schon Teinke mach, dann sollte es immer ratzfatz gehen So, und wir sind hier in Entdeck die Todesmännern So, ich bin nochmal nett guten ist nun der anführer eurer gruppe und so ist und da ist kupfer so siehst die anderen drei haben jetzt ehre mit uns einem let's play teil zu haben sagt er ist kraft die tüte klub so was gehen wir zuerst da geht es da mal hallo Juhu, eigentlich sind wir eine Mops, die was EP erbringen. So, ich muss mal schauen, da können wir gar nichts mehr aus. Gut, das schaut mal raus. So, der schlopft einmal. Äh, ja. No, mach schnell ab, ist weg. So, ich geh mal davon aus, dass sonst keiner Bergbau hat, sonst würde ich das eh melten. Ja, das ist Silbererz. Geil. Ich kann es denken ja ein bisschen. Habe ich mit meinem Ork-Krieg auch gedacht. Alle Räte passt, Heal ist voll. Go. Hallo. Die Quest vorher hast du ja angenommen, oder? Ja, ja. Ja, passt. Nimm dies und das. Du hast zwei Eichern noch immer so auf dem Schnee auf der Straße. Na, es geht. So oft, wie wir das schon gespürt haben. Er lernt es noch immer nicht, dass er zum Schluss einfach verbrennt. Er ist zu dumm für das. Ja. 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 Und, wer da die A-Bedarf machen, damit du es sicher kriegst. Äh. Keine Folge Quest. Wo du du erst? Ich hab dich irgendwo erst. Hallo, Minenhase. Sag mal, schau, bitte. Minenhase, was ist das für... der macht es offen so wie mir jetzt da wenn sternhagen fuhr jetzt wieder nicht bei uns schaut aus dem unternehmen die bergaffen angreifst der und der wieder ziehen aber abbauern schweiz muss man kostum und schon mit anders ist grüße und drei stärke brauchen das sind vor der opke Ja! Ich glaube, ja. Ich hab' den D halt, ne? Nein, okay, ich brauch' ihn. Dankeschön trotz der Messer. Was macht's denn da, da? Wird er um mich? Ah. Ja, komm mal ein bisschen Gas da. Der Affe, dass er deckt mich. Was? Die Offen sind gar nicht so stark da, in nicht-heroischen, dem heroischen, sondern das scheiße stark. Kommt mir jetzt vor. So, ich geh mal looten, da waren wir die Viecher aufeinander. Hallo. Die geschauten. Ja. 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 Das ist doch ein Zeugler her. Komm, her! Und dupst auch noch gleich. Mich hockt, dass ein grüner Taifler auf dem Schell. Ein Schwert. Besser ist es, als meins, aber... naja immer mal auf gear brauchen wir uns nicht wirklich so der Heal ist Full Mana, das heißt wir brauchen gleich weiter so jetzt kann man zurückkehren und langsam drauf einhauen einhauen au brennst da immer genau dann, wenn mein Ding kommt wenn ein Zauber kommt der nächste 4 mal schauen, ob wir überhaupt das Let's Play aufnehmen aber ich nehm's dir auf hey, da ist Kupfer ist Kupferig da du, gleich von da oben weg da kommt jetzt ein bisschen was da kommt jetzt ein bisschen was da kommt jetzt ein bisschen was die Minenarbeiter sind witzig da können sie unter dem Baum durchbudeln ja ja so, jetzt muss der Heal mich noch heilen du hast eine Oxt im Schäl ich weiß was oh her da geht ja gar nicht so schlecht ja ok, wir müssen ja bedenken, wir sind beide Level 20 und die Viege sind Level 15 was passiert wohl, wenn ich das mache was passiert wohl, wenn ich das mache mir weht nur ja 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 Jetzt haben wir ein Dudu-Heat, wir müssen ja kein Dudu-Heat. So, Vorsicht vor die Bomben! Let's beveen, let's beveen, du, tep! Let's beveen! Nimm für die noch alleine Stoffwurst brauchst. Ja, brauch ich noch für erste Hilfe. Warl brauch ich noch. Ja, ich kann nämlich Stoffwurst nutzen. Ja, mir fehlt noch ein bisschen, weil mir ist 63. So, ich habe jetzt keinen Dunst, wie der auf Normal geht. Hm. Nicht genug Wurt. Kommische Schnitter. Lauf, sie leben! Hä, fixe auf da! Na, der komische da, der was da und das Viech wegschöpft. So, normalerweise müsste ich jetzt die Kamera aussprengen. Donuts? Na.